Herzlich willkommen bei heiße Mädels, knappe Waffen, alles andere was Let's Player nicht machen. Willkommen bei Christianity 3000 mit dem Spiel Rise of the Tomb Raider, das 20 jährige Jubiläum. Und ich präsentiere euch die Kartenpacks von der Vorbesteller sowie die ganzen Addons von dem Spiel Rise of the Tomb Raider, das 20 jährige Jubiläum. Wir sind jetzt hier stehen geblieben, noch die letzten vier Heldenhafte Forscher Pack. So, wir starten gleich durch. Oh Gott, nicht lange warten. So, zwei. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Jetzt muss ich das Video rausziehen. Übelst in die Länge ziehen. Das ist unfair, das ist unfair. Okay, was machen wir? Eins oder zwei? Eins oder zwei? Eins, zwei. Ich schaue einfach mal eins an. Ich will Schnuppe. Umdrehen. Heldenhafter Forscher Meister. Ja, gewährt wie der Jäger und überlebender Fähigkeitsbäume. Toll. So, dann, ja, letzte Karte, wird wahrscheinlich das Outfit als Selbststandard sein, wird nicht viel drin sein. Schade irgendwie, dass das nur zwei Karten drin sind. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Hm. Soll ich jetzt bloß ein Minuten-Video machen, oder was? Geht doch gar nicht. Ich könnte jetzt sagen, jetzt kommen, äh, für den Abschluss von fünf Expeditionsherverforderungen haben sie dieses Kartenpunkt verdient. Okay. Für das verdienen 15 Expeditionsherverforderungen wurde das Kartenpunkt gewährt. Okay. Hm. Schade. Wird noch, äh, nee. Nee, dann wird die Überschrift zu lang. Ich breche einfach hier ab. Wird halt ein 1, 2, 3 Minuten-Video. Sorry für Leute, aber ich muss es irgendwie aufteilen können. Sonst funktioniert das nicht. Also dann, ich mache einfach Schluss. Hier. Nächstes Video. Bitteschön. Bitteschön.